Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier Spaden sind mein Befehl zu wieder setzen! Oh, weit ist das einfach getrunken! Dann bin ich derart mit Verlogen! Jederart mit Verlogen, sogar hier ist es! Papa! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprächtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ist das Feiglinge, verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahrelang ist das Militärmalaraktion im Loppehiedert! Es hat mich jeden nur als witzigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahre alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganze Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda. Jetzt beruhig dich doch. Ohne Befehle sind in den Wind gesprachen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! ... John Sebastian Boll.